Erstmals spielen mit dem FC Bayern München 2 der Spielvereinigung unter Haching und dem TSV 1860 drei Münchner Mannschaften in der dritten Liga. Am Samstag steht jetzt das erste Stadtderby der Saison an. Die Spielvereinigung unter Haching trifft auf den FC Bayern München 2. Ich finde es so, dass dann der ein oder andere Zuschauer mehr auf der Tribüne ist bzw. die man dann auch kennt und man spielt zu Hause vor Freunden und Familie. Dahingehend hat es vielleicht ein bisschen mehr Brisanz. Ansonsten geht es um drei Punkte wie in ihrem anderen Spiel auch. Es hat schon einen besonderen Reiz auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf das Spiel. Ich glaube auch, dass viele Spieler sich untereinander kennen. Und wir wollen natürlich versuchen, die Stadtmeisterschaft für uns zu gewinnen. Beim TSV 1860 München wächst hingegen weiterhin der Druck. Nach sechs Spieltagen stehen die Sechziger aktuell auf Platz 18 der Tabelle und damit im Abstiegsbereich. Morgen steht das Kellerduell beim Tabellen-19. Chemnitzer FC an. Ein Sieg ist quasi Pflicht. Wenn man die erste Halbzeit von Münster ausnimmt, die zweite Halbzeit von Mannheim und das komplette Spiel gegen Magdeburg, hat man schon gezeigt, dass wir absolut richtig ertauglich sein können als Mannschaft. Und deswegen vertraue ich meiner Mannschaft auch zu 100 Prozent, dass sie in der Reaktion jetzt morgen kommen wird. Das ist für mich ganz klar. Und ich stehe zu 100 Prozent hinter meiner Mannschaft. Aber sie kann halt einfach wenigstens die Basis, die Basisdinge muss ich in jedem Spiel verlangen können. Anpfiff zwischen dem TSV 1860 München und dem Chemnitzer FC ist am Freitagabend um 18 Uhr. Das Spiel FC Bayern Amateure gegen die Spielvereinigung Unterhaching beginnt am Samstag um 14 Uhr. Vereine Marie Amatis! Vereine